Jetzt neu, das Weinpaket der Webweinschule. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Lektion unserer kleinen Webweinschule. Heute mit dem Thema Aromen. Aromen im Weißwein, um genau zu sein. Das gehört einerseits zum Weinwissen dazu, kann aber andererseits ziemlich albern wirken. Fangen wir mit dem an, was wir hier heute auf keinen Fall vermitteln wollen. Ich habe einen Wein mitgebracht, einen Silvaner und den schenke ich dir mal ein. Und dann machst du uns den Spacken. Den Spacken. Du kannst auch den Spacken machen, oder? Also wenn du meine Frau fragst, dann würde sie sagen, dass ich das hervorragend kann. Aber ich weiß, was du meinst. Ich mache mal den Spacken. Ah, herrlicher Duft nach wildem, weißen Weinbergs, Pfirsich und Orangenzeste. Mit durchaus vegetabilen Noten nach Topinambur, aber auch etwas Floral mit weißen, na mit gelben Blüten, Akazienhonig und Brennnessel. Ah, im Antrunk mit viel weißer Johannisbeere, aber auch Kassis und mit erdigen Noten. Okay, Felix, du bist der perfekte Spacken. Oh, danke schön. Das klingt hier etwas wie zu Hause. Liebe Leute, also bitte nicht so den Wein beschreiben. Wir können nicht verhindern, wenn ihr das irgendwann so macht, aber bitte erzählt nicht, dass ihr das in der Webweinschule gelernt habt. Felix, und jetzt, wo du einmal den Spacken gegeben hast, kannst du jetzt den Normalo machen? Na, mit ganz viel Anstrengung gelingt mir das vielleicht. Ich gebe alles. Okay, also, ja, schöne Nase mit Heu und Stroh tatsächlich und Birne, ganz bisschen Zitrusfrucht vielleicht noch dabei. Am Gaumen mit einer klaren Säure, aber auch so ein bisschen cremig, relativ schlank, nicht zu druckvoll, sondern eher süffig, langer Abgang, schöner Wein. Okay, danke. Wenn ihr mehr über Wein lernen wollt und nicht nur Videos schauen möchtet, dann müsst ihr euch zwangsläufig ein System aneignen, wie ihr eure Erfahrungen und Eindrücke katalogisiert. Aromen spielen da eine große Rolle. Denn interessanterweise wird Wein aus Trauben gemacht, riecht aber nach allem Möglichen, nur nicht nach Weintrauben. Wenn er das denn doch mal tut, dann ist das eine bemerkenswerte Eigenschaft. Hier haben wir ja jetzt einen Silvaner. Wie ist das da mit den Aromen? Ein Silvaner ist für mich ein dankbares Beispiel, denn es kann ein ganz leichter, einfach zu trinkender Wein sein und dann dominieren oft so Zitrusaromen und Stachelbeere. Und dann gibt es diesen etwas komplexeren, schwereren Typ, der riecht dann eher so nach Heu und Stroh, Birne und Apfel. Lass mich raten, was du lieber magst. Heu und Stroh? Ja, aber ich finde die anderen jetzt nicht schlecht. Ja, und wenn dir jemand den Wein beschreibt, dann kannst du ihn ganz leicht einsortieren. Genau, wenn ich zu dir in den Laden komme und ich frage, ich hätte gerne Silvaner und du empfiehlst mir einen, dann frage ich dich, wie schmeckt der denn? Ja, und wenn ich dann mit Zitrusfrüchten und Stachelbeere anfange, dann kommt von dir wahrscheinlich sehr schnell, haben sie den auch in Heu und Stroh? Das ist schön. Müssten wir mal ausprobieren, in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne Silvaner. Haben Sie denn auch in Heu und Stroh? Also ich wüsste, wovon du redest. Zum Experiment eben bleibt nachzutragen, dass die Aromen, die wir beschrieben haben, sich meist nur auf den Geruch beziehen. Weder Anja noch ich beißen gelegentlich in Heu bei. Deswegen wissen wir auch nicht, wie das schmeckt. Aber wir haben ja auch beim Trinken die flüchtigen Aromen, die wir durch die Nase aufnehmen und deswegen erinnert es uns daran. Das sind auch nur Assoziationen. Letzten Endes gibt es doch einen klaren Unterschied zwischen diesem Wein und, sagen wir mal, Birnensaft. Ein einzelnes Aroma ist nicht aussagekräftig für einen Wein. Es geht immer um das Gesamtpaket. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Riesling. Laut Lehrbuch soll der nach Apfrikose riechen und da ist auch was dran. Aber es gibt auch so ganze Aromenpakete, die dann auch mit einem klar definierten Geschmacksprofil einhergehen. Manche Rieslinge riechen wie ein ganz sehr exotischer Früchtekorb. Ananas, Mango, Melone, Mandarine und Co. Andere ganz duftig, blumig, ich sag mal, wie Lenore Aprilfrisch. Dann der Klassiker. Dieser Riesling mit ganz viel Apfrikose und so Noten von Malz und Karamell nenne ich das immer dazu. Etwas, was manche Leute Vanille nennen. Mich erinnert das immer mehr so ein bisschen an Bodylotion oder Loewera. Aber ist auch egal. Es ist halt ein relativ schwerer süßlicher Duft. Und zwei Rieslinge aus der Abteilung Aprilfrisch können zwar sehr unterschiedlich sein, haben aber mehr gemeinsam als mit einem Riesling aus der Abteilung Aprikose Malz. Abteilung ist hübsch. Dankeschön. Komm, wir machen mal Abteilung Attacke und zählen mal ganz schnell ein paar Weißweinaromen auf. Gängige Aromen der Weißweinwelt sind zum Beispiel Pfirsich, Aprikose und Quitte. Quitte klingt schon wieder nach Spackenaroma, aber Quitte ist sehr gängig. Und vielleicht mal so als Idee, sich ein Glas Quittengelee kaufen und mal die Nase reinhalten. Das riecht ziemlich eigen und ist ziemlich verbreitet in der Welt. Weißweiner und Apfel natürlich. Und da finde ich es auch legitim zu differenzieren. Also das, was ich eben gemacht habe, Leute, wilder, weißer Weinbergsfürsich. Bitte, wer weiß denn, wie das riecht? Also Pfirsich und Ende. Alles andere ist Geschwafel. Felix, bevor du dich in Rage redest, du wolltest was über Äpfel sagen. Manche Weine riechen frisch und leicht nach Apfel, nach grünem Apfel sozusagen. Und dann gibt es welche, die haben so diesen sehr schweren Duft nach mürbem Apfel. Und da finde ich es völlig in Ordnung, dass man sagt, dieser riecht nach grünem Apfel oder manchen nach Elster und dieser hier nach Boskop oder manchen sogar Bratapfel. Dann gibt es da noch eine Menge an Kräutern, Blumen und Gemüsen. Letzteres riecht nicht besonders toll. Weil viele Weinprofis nennen das auch Floral oder Vegetabil. Boah, da siehst du die Gänse. Ja, das sind auch nicht meine Lieblingsworte, aber die sind nun mal gängig. Aber ich denke, wir machen mal Schluss für heute. Ja, es macht sowieso mehr Spaß, das selber zu erkunden. Danken wir euch erstmal und bis bald. Tschüss. Wir beißen noch mal in Holbein. Ja, das schmeckt bestimmt lecker. Bestimmt Floral. Ja, das schmeckt bestimmt lecker. Sehr einfach weinen. Ja, das schmeckt debenste in mir. Ja, das schmeckt bestimmt lecker. Ja, das schmeckt das scheiß, das was ich. Tamb Kas vor Augen zu schaffen, Es medicine hat einmal mit dem assurance, Ja, das generations weighs nicht alle Adventsprechend. Vielen Dank.